Ich glaub da renne ich noch mal ein Im Dschungel sind Arschviele Hartköste Ja, weil da musst du ja erstmal überleben in dem Dschungel Weil selbst wenn du jetzt kurz vor der Selbst wenn du den Skilettbos zum Beispiel schon mal geklatscht hast Hast du im Dschungel meistens noch Probleme Vielleicht sollte man auch ein bisschen mehr reden Wozu? Weil die immer noch aufnehmen Ja Oh, ich hab vergessen aufzunehmen Das war Arsch Zur Not hat er Kallo hoffentlich noch aufgenommen Blö Das war Arsch Ich sollte aufnehmen, ich dachte ich brauch nicht Das war nicht kaltes Platz Ich mag deswegen nichts Aha Ja, schon klar Ich hab doch Fisch und Gott Sorgen Und auch so was Was? Nichts Nichts Auf einmal ist es über dunkel Ich bin immer noch froh darüber, dass ich Terraria die ganze Zeit über 61 Frames hab Was für eine grafische Einstellung spielte Serraria? Keine Ahnung, Full HD und weiß ich nicht was Ich glaub maximal Ich spiel Full HD und hoch Also das höchste Party Was? Loll Alter Ich bereite mich grad so vor Ja, was meinst du dafür hier? Wir wollen ja noch bisschen Action haben hier, ne? Wäre ja langweilig sonst Party hart Weil ich Hallo, ich will auch noch mit kämpfen Nö, kriest nix Ich hab grad nen Goldbogen gemacht Kämpfen muss, Käthe Okay, ich geh lieber so rauf Ich glaub du stirbst nachher eh nochmal Oh, oh, alter Wie lange hat vier in uns drin war Warte, mach ich mal lieber die Gold, äh, die Flammenpfeile rein Dann brennt das noch an Oh Was ist noch da? Ich tänke Boah alter geh weg Auge Ins Auge rein, bitte ins Auge Ich will den Blut Ich auch Ich will den Blut Ich steh mir die ganze Zeit in den 4 drin und sterben alle so am Ende Ja, das ist so easy der Teil Wie er ausrastelt Geh Blut Hey, ich hab nix gekriegt Ich hab zwei Gold bekommen Ich hab zwei Gold bekommen Ich hab gar nix gekriegt So, was hab ich gekriegt? Demonite Ohr Corrupt Seeds braucht keine Sau In den Müll damit Ich hab nur das Gold Ich hab gar nix gekriegt Ich hab die Nur ein Gold rein Der bin ich auch froh darüber Das wollte ich auch haben Ohne Scale kannst du ja nichts anfangen damit, oder? Na, man kann sich schon was draus machen ohne die Scales So Das hab ich den Loot gekriegt Ja Die anderen 20 Kupfer-Coins Lol Cut damage Ähm, haben wir noch so n Auge? Nö Nö War das letzte Sauerns Auge So, gebt mir mal alle euer Dämon ein Mal gucken, ob wir das machen können Ich hab gar keins Du hast ja alles aufgehoben Ich hab nur einen Barren Ich hab 14 Barren Ich dachte der droppt keine Barren Ich dachte der droppt Erz Ja, das Erz hab ich hier rumgewandelt Oh, Zaubertrick Nix, willst du alles in die Dings rein? Nein, ich sprech grad mit Kevin Hi Kevin Wir brauchen echt Wenn man echt zu Dämon Uh, ich kann mir einen Lightsbane machen Oder eine Axt Nein Theoretisch Theoretisch Oder einen Bogen Aber das ist mein Auge, weil krieg ich den Loot Ich hätte doch alleine geschafft Year industries Ja, das ist das Lache Gehe deinen Goldschwert Ja, gib mir mal den're Dings Ich hab schon noch 8 ich habe halt wieder einmal noch zwei sterne ja mir fehlt auch noch zwei sterne ich nehme jetzt mein dynamit und ich will nur den weiteren ort noch machen okay mir wenigstens etwas schneller durch die welt bewegen erwartet mit dem beschwören ja ich will nur einen weiteren ort noch jetzt außer sind zwei kaputt gebombt tut mir aber traurig wenn ich es ja jetzt gleich sie wäre so frech und beschwört ihn einfach gut gepasst weil in dem moment welcher da auch das ist nicht mein problem klar ist dass man mit dem balloon nicht noch weiter springen kann höher und weiter weg nicht nur höher im endeffekt kannst du damit auch weiter springen ja wenn du tempo drauf was also ich denke mal diese aufnahme setzen sollte reichen bis wir dann bis dahin ab der draußen ist ich meine das hätte schon von der stunde gereicht aber schon vor drei stunden drei stunden und 16 minuten ich will dann machen wir noch vier stunden oder vielleicht noch mal lukas ich noch mal mit dem mitkommen ja ja jetzt beschwört ihr das gleich muss aber machen nein wir müssen alles vorbereiten und wir müssten auch alle da sind mal wenn ein weil wenn die die das ding beschweren und bekämpfen denn da sind wir brauchen sowieso dann bestellen ja ich weiß nur wenn die zwei die denn da sind dass wir beschwören dann sterben kommt das teilt zudem der nicht dabei ist so egal wenn der ja du bist 4000 fuß von mir entfernt ja ich komme dann aber hin wenn ihr das macht ich komme euch da gleich geht ja wir machen wir ja in der nächsten aufnahme wollen noch mal aufnehmen in der welt ja ich denke mal wird in dieser aufnahme noch alle bosse schaffen ja wir haben es wohl nicht alle flaschen nein ich meine ja okay das geld könnte ein bisschen schwieriger werden aber immer sagen wir klatschen so oft dass jeder ein bisschen weiter ausgerüstet ist also bis jeder einen alten mann picket hat oder so zwei würmer klatschen und so viele shell sind da auch ich war das schon mal ich bin ja gerade ich bin ja gerade ich bin gerade in dem wald ich habe jetzt abgebaut am besten zu stemmen weiter aber muss kein neues bett gemacht so ein lauch hatten noch genügend machen und jetzt gehe auf der zimmer ja dann kommt irgendwie aber auch nicht näher ne ich klatsche hier noch ein paar monster in der zeit kannst du halt viel holz fahren ungefähr den ganzen weizen ich hab schon 180 paar von drei bäumen was hast du denn du hast bestimmt eine gold axt ne nein nightmare axt oh lol aber das ist auch mein schwert also also das zahlt mehr schaden what the fuck wie weit geht das denn hier in der rüste runter und das ding hält sogar in neu in ort 20% weniger damage und 13% weniger speed ehrlich seite und holz an diesen komischen chainsaw teile da holz und seite wie viel seite ja 5 soweit ich weiß unter 8 wie viel holz weiß ich nicht 15 oder so fahrkeit oh hier ist die meteorite ich höre dann bau die mal auf weil sie das gefällt ne kann ich ja nicht kann man ja erst mit ner nightmare picke achso können damage checken jetzt Jan kann ja den weg drüber bauen wenn er will runter durch geht weg ihr schwitzt oh dann müssen wir den hier unten im untergrund klatschen den wurm weil sonst meteoriten körper spawnen war der teil ist ja genau da ja war ich hab kein holz ey ich hab holz ich hab holz dann fällt einfach ein paar bäume das sind doch überall welche beim 2 noch ah hier ist noch holz in der küste was sagen die genau wo holz am was wollt ihr oh ich hab ne jungle rose bekommen pretty pretty hat mit ihm mein haar gemacht wie gesagt wir brauchen die vines ja ich weiß ich muss ja auch noch hintergrund mitbringen ne kann man sie ja da kraften können wir hier welchen kraften eigentlich okay immer ein paar schurikinds mit ach ne ich brauch gar nicht weiter zu lukas warum ich hab schon das gefunden was ich wollte ja wir wollten den wurm klatschen ich dachte doch nicht ja naja was hast du denn gefunden was was ich haben wollte so ein auge wieder naja das schwert ich kann man ja nicht so gezielt finden wenn die man einmal durch die map brennt eigentlich wenn wir schon den wurm klatschen dann geh ich einfach mal da zurück erst mit ihm ist egal das einzige was ich mir ein bisschen Sorgen mache ist immer um den gold coin den du mit habe aber pfff ich hab ja schon 8 in der einer piggy bank ich hab 6 in der küste einer piggy bank ich seh gerade man kann hier unten kein haus haben weil man da keine wand planten kann dann müssen wir oben planten krass ich geh jetzt ja auch aus dem nächsten noch raus damit keine scheiß meteoritenköpfe kommen gehen wir einfach woanders hin naja was hast du denn gefunden sag ich dir nicht hab ich doch gerade gesagt warum was soll den bitteschön finden ich hab immer noch 180 live also da hast du wahrscheinlich ein stern naja ist tag du depp na eben warten noch als du es gesagt hast müssen wir mit dem wurm eigentlich auch aufnacht warten wir müssen im corruption sein wir müssen im corruption sein und einen so nen ball zerstören zwei ja ich weiß noch als die kakaeten hier damage gemacht haben ja damage gemacht haben da war das richtig nervig das war annoying und weil das dann so immer 3 Jahre gedauert hat bis du die mit der axt kaputt gekloppt hast nein sag ich dir nicht verdammt noch mal hör doch mal zu warum nicht ich bin ein bisschen rüber gesprungen und dann nicht direkt an das loch ging lieber weiter zum nächsten ja und wenn ich es dann sieht man ja nicht was sieht man ja nicht ja hier ist wenigstens noch ein bisschen mehr kampffläche dann mache ich den wieder weil ich ja den magic mirror habe dann verpisst du dich ich weiß nicht mehr wie die sport ich glaube den ersten boss klatschen das ist ein grüner text ja ja da habe ich jetzt nicht jetzt mal was mich raus bauen jetzt warum haben wir überhaupt dieses pilze schon wieder weg damit dass du das hausbau haben jetzt eigentlich schon zwei oder nein erst mal ein haus bauen so wie konnte man eigentlich ins leibhaus noch mal mit seiner krone jubel teuer war ja aber man braucht heute nicht weil ich bin so gut wie tot er braucht keiner so social ich denke mal wir werden ihn einfach vollständigkeitshalber auch irgendwann holen ich weiß ja wenn er unbedingt ja vor allem er kriegt bei gold kein weiß auf einmal droppe ich so übel für geld ja okay ich bin jetzt schon wieder scheiße viele gegner sind da wieder so 30 jahre warten bis ich wieder da das haus wenigstens repariert ja was wo bist du gespawnt beim bett oder das haus repariert eigentlich habe ich abgebaut eigentlich gehabt habe jetzt gerade gar nicht drauf geachtet ja ich habe eine silberpecke denn viel spaß und viel spaß das habe ich den mal mit dynamiter baue er kann dann bau du den mal ab wenn ich wenn ich